Ein Buch ist nach traditionellem Verständnis eine Sammlung von bedruckten, beschriebenen, bemalten oder auch leeren Blättern aus Papier oder anderen geeigneten Materialien, die mit einer Bindung und meistens auch mit einem Bucheinband versehen ist. Laut UNESCO-Definition sind Bücher nicht periodische Publikationen mit einem Umfang von 49 Seiten oder mehr. Zudem werden einzelne Werke oder große Textabschnitte, die in sich abgeschlossen sind, als Buch bezeichnet. Insbesondere wenn sie Teil eines Bandes sind. Das ist vor allem bei antiken Werken, die aus zusammengehörigen Büchersammlungen bestehen. Der Fallbeispiele hierfür sind die Bibel und andere normative religiöse heilige Schriften, die NS sowie diverse antike und mittelalterliche Geschichtswerke. Das Buch ist ein Kulturprodukt, das die Überwindung der Illiteralität zur Voraussetzung hat und die die Entwicklung der geschriebenen Sprache zur Grundlage nimmt. Seine Verwendung als kommunikatives Mittel setzt eine Schreibkompetenz bzw. Drucktechnik und Lesefähigkeit voraus. Elektronisch gespeicherte Buchtexte nennt man digitale Bücher oder E-Books. Eine andere moderne Variante des Buches ist das Hörbuch. Etymologie Das Wort Buch war ursprünglich eine Pluralform und bedeutete wahrscheinlich zunächst Runenzeichen, dann allgemeiner Schriftzeichen oder Buchstabe, später Schriftstück. Eine Verwandtschaft zu Buche könnte darauf beruhen, dass Runen in Buchen oder in Buchenholz eingeritzt wurden. Dieser Zusammenhang ist aber unsicher. Geschichte Papyrusrolle und Kodex Die ältesten Vorläufer des Buches waren die Papyrusrollen der Ägypter, von denen die ältesten bekannten Exemplare aus dem dritten Jahrtausend vor Christus stammen. Die Griechen und Römer übernahmen die Papyrusrollen, bis sie ab dem ersten Jahrhundert allmählich der Kodex ablöste. Der Kodex bestand aus mehreren Lagen Pergament, die zweiseitig fortlaufend beschrieben in der Mitte gefaltet und mit einem Faden aneinander befestigt wurden. Erst später wurden die Seiten gebunden und mit einem festen Umschlag versehen. Der Kodex ist der unmittelbare Vorläufer unseres heutigen Buches. Ab dem 14. Jahrhundert wurde das Pergament allmählich durch das billigere und viel einfacher zu produzierende Papier ersetzt. Die erste Papiermühle in Deutschland war die des Ulmen Stromer in Nürnberg im Jahr 1390. Zeitalter des Buchdrucks Die nach der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg bis zum Jahr 1500 gedruckten Bücher werden in Kunabeln oder Wiegendrucke genannt. In der Buchdruckrevolution vervielfachte sich der Ausstoß an Büchern in Europa. In Korea wurde rund 200 Jahre vor Johannes Gutenbergs Erfindung in Europa der Buchdruck mit beweglichen Lettern aus Metall entwickelt. Vermutlich als Weiterentwicklung chinesischer Drucktechnik mit Tonlettern, blieb aber wenig genutzt. Die schnelle Verbreitung der neuen Technik in ganz Europa und die stetige Verbesserung und Weiterentwicklung des Buchdrucks und der Herstellung von Papier machten das Buch zur Massenware. Was eine wesentliche Voraussetzung für die Reformation und später für die Aufklärung wurde, Wissen wurde zum Allgemeingut im Abendland. Schrift und Bild waren im Buch des Mittelalters eine Einheit. Künstler des Bauhauses schufen im 20. Jahrhundert Bücher von hohem gestalterischen Niveau, die dem Bereich Druckgrafik so so rechnen sind. Diese Künstlerbücher erscheinen in kleinen limitierten Auflagen. Gegenwart Der Digitaldruck erlaubt mit Buchkondiment Auflagen in konventioneller Buchform ab einem Exemplar aufwärts. Seit ein paar Jahren bieten einige Dienstleister im Internet die Erstellung von Fotobüchern an, diese können dann einzeln bestellt werden. Seit dem Jahr 2009 können in der Wikipedia Artikel zum Buchkondiment zusammengefasst werden. Seit dem Jahr 2000 erscheint das digitale Buch auf dem Online-Buchmarkt. Auch das Internet konkurriert mit dem klassischen Buch. Der Internetkonzern Google schätzte, dass es rund 130 Millionen verschiedene Bücher auf der Welt gibt, räumte aber ein. Dass dies auch eine Frage der Definition sei, die UNESCO legte 1995 den 23. April als Weltstadt des Buches fest. Das Buch als Produkt Materialien Das Buch ist heute in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand. Das heißt, dass das Buch gewissen Nutzungsbedingungen ausgesetzt ist. Diesen muss das Material entsprechen. Es soll strapazierfähig, reißfest, biegsam, leicht ästhetisch und vieles mehr sein. Einige Materialien sind hier aufgeführt. Papier, nicht nur der Buchblock, also der eigentliche Textteil, besteht aus Papier. Auch das gesamte Vorsatz besteht aus Papier, allerdings aus anderen Papiersorten als der Textteil. Auch der Textteil kann aus den unterschiedlichsten Papiersorten bestehen. Hier gibt es viele günstige und auch teure Varianten. Das Papier bestimmt somit unter anderem den Preis eines Buches. Welches Papier für ein Buch gewählt wird, entscheidet in der Regel der Buchgestalter. Pappe Der Einband eines Buches besteht in der Regel aus fester Pappe, die mit verschiedenen Bezugsmaterialien bezogen ist. Auch der Schuber besteht meist aus Pappe. Bezugsmaterial, zum Beispiel mit Gewebe, Leinen, Papier, Leder oder Pergament. Stoffe Für das Kapitalbänd oder ein Lesebändchen werden spezielle Bänder, meist aus Seide, hergestellt und in verschiedenen Farben eingefärbt. Farbe Nicht nur der Buchumschlag kann farblich gestaltet werden, sondern auch der Buchschnitt. Diese Schnittverzierungen dienen nicht nur zur Zierde des Buches, sondern auch zum Schutz vor Lichteinwirkung und Verschmutzung. Punkt Bestandteile Ein Buch muss beweglich, aber auch stabil sein. In der Buchherstellung durchläuft es viele Prozesse, die Einzelteile werden meist getrennt hergestellt und schließlich zusammengefügt. Der Buchblock mit seinen bedruckten Seiten wird durch den Vorsatz mit dem Bucheinband verbunden. Dabei befindet sich jeweils ein Vorsatz an der oberen und unteren Seite des Buchblocks. Diese sind durch Gase und Leim mit dem Buchrücken sowie durch den Spiegel mit der Buchdecke verbunden. Um die Buchdecke legt sich das Bezugsmaterial. Zusammen ergeben diese Elemente den Bucheinband. Die nach außen abklappbaren Elemente des Einbandes nennen sich Deckel. Bei gebundenen Büchern, oft auch Hardcover genannt, wird um den Bucheinband noch ein Schutzumschlag gelegt. Die drei Kanten des Buchblocks, an denen man das Buch öffnen kann, nennen sich Kopfschnitt, vorderer und unterer Schnitt. Ein farblich gestalteter Schnitt hat Schnittverzierungen. Das farbige Bändchen oben und unten am Buchrücken nennt sich Kapitalbänd, das Lesezeichen oben im Buchrücken befestigt nennt sich Lesebändchen. Buchgestaltung Durch die Buchgestaltung wird das gesamte Aussehen, der Aufbau und die Materialien des Buches konzipiert. Durchgeführt wird sie in der Regel von einem Buchgestalter, Künstler und oder Typografen. Nebenschrift, Titelei, Pagina, Papiersorte, Lesebändchen und Kapitalbänd wird auch der Einband gestaltet. Die heute vermutlich wichtigste Aufgabe. Der Einband muss neugierig machen, spannend sein und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Einband soll den potenziellen Leser zum Kauf oder Verleih einladen. Ökonomie des Buches als ökonomisches Produkt betrachtet, weist das Buch mehrere Besonderheiten auf. Dem Käufer erschließt sich der Nutzen manchmal erst nach dem Kauf und der Lektüre. Trotz leicht verfügbarer Rezensionen und Bewertungen im Internet kommt der Leser eventuell zu einem ganz eigenen Urteil. Er kann positiv oder negativ überrascht sein, für den Verlag ist es oft schwierig, die zu erwartende Nachfrage einzuschätzen. Der Produktlebenszyklus kann bei Büchern kurz oder auch sehr lang sein. Punkt. Diese Besonderheiten machen das Buch zu einem spekulativen Wirtschaftsgut mit hohen Risiken für den Produzenten. Im Unterschied zu anderen Medienprodukten refinanziert sich das Buch in der Regel nur über eine Erlösquelle, den Vertriebserlös. Als Werbeträger spielt das Buch nur eine untergeordnete Rolle. Bucharten. Unterscheidung nach Herstellung Saatbeutelbuch. Mittelalterliche Sonderform. Es kann wie ein Beutel getragen und am Gürtel befestigt werden. Buchkondiment. Digital Druck auf Nachfrage. Buch hergestellt in Kleinstauflage ab einem Exemplar. Jederzeit können weitere Exemplare gedruckt werden. Broschur. Buchblock mit verschiedenen Arten des weichen Umschlags. In der Regel klebegebunden. E-Book. In verschiedenen Formaten elektronisch gespeichert, zum Teil nur auf Bildschirm lesbar, zum Teil druckbar. Faximile. Original getreuer Nachdruck historischer Ausgaben. Hardcover. Fester Einwand klebegebunden oder mit Fadenheftung. Hörbuch. Hier lesen Autoren oder ein Erzähler die Texte eines schon vorhandenen Buches vor. Teilweise werden auch Hörspiele, also in Rollen gelesene oder als Hörstück bearbeitete und interpretierte Fassungen unter der Bezeichnung Hörbuch vertrieben. Hörbücher werden auf Audio-CDS, Musikkassetten bzw. als Computer-Audiodateien verkauft und verbreitet. Zum Teil gibt es sie auch über Podcasts meist kostenfrei im Internet. Codex Buch zum Aufklappen. Diese Form löste im Frühmittelalter die bis dahin vorherrschende Schriftrolle ab. Der Erfolg des Codex steht in engem Zusammenhang mit der Ausbreitung des Christentums. Das Prinzip des Aufklappens hat sich nicht mehr verändert. Der Begriff Codex wird jedoch in der Regel für Bücher aus der Antike und dem Mittelalter verwendet. Lose Blattsammlung. Einzelne, austauschbare Seiten in einem oder mehreren Ordnern. Miniaturbuch. Sehr kleines Buch. Meist in Herstellungsgröße komprimierte verkleinerte Form eines Großbuches. Zu unterscheiden vom Taschenbuch durch Hardcover-Einband. Paperback. Mit weichem Einband und meistens mit Klebebindung versehen, früher auch Fadenbindung. Taschenbuch. Kleinformatiges Buch, meistens Paperback zum Transport geeignet. Vorzugsausgabe. Zumeist für Bibliophile hergestellte kleine Teilauflage eines Titels in besonderer Ausstattung. Unterscheidung nach Inhalt Sachbücher, Fachbuch. Lehrbuch, Schulbuch, Handbuch, Wörterbuch, Lexikon, Bibliothek. Bibliografie, Farbbuch. Belletristik, Roman, Gedichtband, Liederbuch. Kinder- und Jugendbücher sowie Bilderbücher. Zunächst meistens Einzelexemplare. Tagebuch, Rechnungsbuch, Kassenbuch, daher auch Buchhaltung, Logbuch. Laborbuch, Manuskript, Drehbuch, Künstlerbuch, Buchobjekt. Gliederung. Inhaltliche Gliederung von Büchern zu den Abschnitten eines Buches gehören. Titelblatt Impressum, Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Geleitwort, Konventionen, Einleitung, Kapitel, Nachwort, Anhang, Anmerkungen, Kommentare, Nachweise, Verzeichnisse, Register, Literatur, Sachen, Stichwort, Verzeichnis, Personen, Orte, Abbildungen, Abkürzungen, Siegeln, Abbildungen, Bildtafeln, Dokumente, Beilagen, Verlagswerbung, Gliederung von Buchseiten, Ränder, Satzspiegel. Kolumne, Spalten, Marginali, Anmerkung, Fußnote, Endnote, Annotation, Glosse, Kopfzeile, Kolumnentitel, Fußzeile, Pagina, Seitenzahl, Rekorde, meistgedrucktes Buch. Die Bibel ist das meistgedruckte und am weitesten verbreitete Buch der Welt. Nach Angaben der Deutschen Bibelgesellschaft liegen Übersetzungen der gesamten Bibel in 542 Sprachen vor und Teilübersetzungen in 2344 weiteren Sprachen. Kleinstes und größtes Buch Das kleinste Buch der Welt stammt aus dem Leipziger Verlag Faber und M. Faber. Mit 2,4 auf 2,9 mm ist es vergleichsweise so groß wie ein Streichholzkopf. Die 32 Seiten sind mit Buchstabenbildern im Offset bedruckt und in Handarbeit Leder gebunden. Im Jahr 2004 brachte der Autohersteller Mazda einen Bildband mit dem wohl größten Format der Welt heraus 3,07 x 3,42 m hochpreisige Bücher. Eines der wertvollsten Bücher ist der Codex Manesse, der im Zuge einer Ausstellung 2006 für 50 Millionen Euro versichert werden musste. Das Evangelia Heinrichs des Löwen wurde am 6. Dezember 1983 im Londoner Auktionshaus Sotheby's für 32,5 Millionen D-Mark versteigert. Ein Werk von John James Audubon Birds of America, eine Subskriptionsausgabe, erzielte bei einer Christis-Auktion im Jahr 2000 den rekordträchtigen Preis von mehr als 8,8 Millionen US-Dollar. Eine Erstausgabe des Buches Die Revolutionibus Obium Coelestium aus 1543 von Nikolaus Copenicus erzielte 2008 während einer Versteigerung bei Christis in New York 2. 2 Millionen US-Dollar Sprachliches Das Aufschlagen Der Ausdruck Ein Buch aufschlagen soll daher stammen, dass früher viele Bücher mit Metallspangen verschlossen wurden, womit die Seiten glatt gehalten wurden. Das Öffnen des Buches war durch einen Schlag auf den Buchdeckel möglich, denn dadurch wurden die Seiten zusammengedrückt. Der Buchdeckel mit den Haken der Spangen senkte sich zugleich und die so gelockerten Spangen fielen auf die Seite und das Buch war aufgeschlagen. Die Vorsilbe Biblio Das aus dem Griechischen stammende Wortbildungselement Biblio bedeutet Buch oder Bücher. Beispiele Bibliograph Jemand, der eine Bibliographie bearbeitet oder zusammenstellt. Bibliographie Nachschlagewerk von Literatur hinweisen Bibliomanie Übersteigerte, manische Bibliophilie, beispielsweise in Form einer Sammelwut. Bibliometrie Quantitative Erforschung von Publikationen Bibliophilie Bücherliebhaberei Bibliothek Sammlung von Büchern und anderen Publikationsformen oder auch der Bibliotheksbau Bibliotheker Angestellter in einer Bibliothek Bibliotherapie Psychotherapeutische Methode, bei der die Lektüre von Büchern zur Heilung beitragen soll, andere Bedeutung, Wiederherstellung beschädigter Bücher. Listen empfehlenswerter Bücher Liste der Werke auf der SWR Bestenliste Die Bestsellerliste des Spiegel Das Buch der 1000 Bücher Fritz J. Radatz Zeitbibliothek der 100 Bücher 11. Auflage Surkamp, Frankfurt, Main 2002 ISBN 3-518-371452 Zeitbibliothek der 100 Sachbücher ZDF Fernsehreihe Unsere Besten Die Lieblingsbücher der Deutschen Bestes Buch Nach einer Befragung des Osloanobyl-Institutes von 100 bekannten Autoren wurde 2002 Miguel de Cervantes Don Quixote als das beste Buch genannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017